Feuer on Bord Was passiert eigentlich, wenn ich auftauche? Hallo, hier ist U-Boot, U-Boot 83 Das Boot Ach, ist das schön Das Ding müsste von alleine fahren, zwischendurch So, dann tauchen wir ab So, dann gucken wir mal Inwiefern wir jetzt Huch, äh, was? Inwiefern wir jetzt noch Rubin finden gleich Vielleicht für das Benzol Finden wir noch was, das wäre schön Nochmal dieses, dieses, äh, Blut Wie ist das jetzt? Blut Blutgel oder so So Ja, äh, kommen wir mal so ein bisschen zum Nächsten Thema Und zwar zu Was erwartet euch nach Subnautica? Ja Man mag's gar nicht glauben Wir sind ja jetzt auch schon wieder ein bisschen Lange dabei oder etwas länger dabei Bei Subnautica Und es macht auch richtig Spaß Und ich muss sagen Es ist immer wieder faszinierend Was man hier alles noch so entdeckt Und Und, äh, was hier alles noch so möglich ist Ist der Wahnsinn Sind wir denn hier? Hey, was ist denn das hier? Hallo, Alter, aua Ist das das Schiff oder was? Ja, Entschuldigung Bin ich jetzt hier unterm Schiff oder was? Oder wo bin ich hier? Es sieht aus, als wäre ich unter diesem riesengroßen, äh, Raumschiff Ja, natürlich Oh, nicht schon wieder Feuer, Mann Nicht schon wieder Das gibt's doch nicht Nimm ihn doch auf, Mann Oh, Mann, nein Gibt's doch nicht So, weiter geht's Ich glaube, wir sind hier völlig falsch gef- Da ist das Ah, da ist das Schiff Da wollte ich gar nicht hin Wir wollten doch eigentlich Wow Oh, was ist das denn? Wow, wir fliegen Yeah, geil Wuuu Ähm Ähm Wieso fliegen wir? Und was ist das da links? Oh nein, ist das wieder das Vieh? Ernsthaft Das soll abhauen Wir müssen gleich mal reparieren, ne? Das können wir mal eben machen, komm Alter, oben, unten, überall kaputt Oh, really? Mann, lass mein Boot in Ruhe, du Affe Woa Alter Schwupps, da war er weg Der Flexi Toll! Was wollte ich gesagt haben? Ähm...wir sollten hier vielleicht weg... Das wäre glaube ich... Natürlich durchs Schiff! Natürlich! Warum denn nicht? Du kannst mich mal! Ich hau jetzt ab hier! Nö, ich bin weg, tschöö! Ich bin dann mal weg, tschüss. Nö, seh ich nicht. Nö, 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 mach das mal alleine, ohne mich. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ähm, genau, als nächstes. Ich hab schon ein schönes Spielchen für euch. Oh. Ist ein bisschen nervig. Ähm. Das Schiff ist gleich kaputt, ne, ich wollte es nur gesagt haben. Und im Fakt, die Emergenzienste sind. Morgen, der Herkunft, exzessive Geräusche. Ähm. Ich hab ein schönes Spielchen, was ich schon länger im Auge habe. Und, ähm. Tatsächlich freue ich mich sehr drauf. Ist ein Early Access Spiel, ist auch wieder ein Survival-Game. Kann ich euch sagen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es ist mal was ganz anderes. Und, ähm. Also, ihr dürft gespannt sein. Es wird richtig cool. Ich freue mich darauf schon. Euch da mitzunehmen. Und, ähm. Das wird, glaube ich, richtig geil. Das wird, glaube ich, euch auch gefallen. Vor allen Dingen stelle ich euch dann auch mal ein Survival-Game vor. Was wahrscheinlich vielleicht einige nicht so kennen. Und, äh. Vielleicht einige so sagen. Ey, geil. Was ist das denn, Alter? Wie geil? Oder vielleicht auch wie scheiße. Weiß ich ja nicht. Denn Geschmäcker sind ja verschieden. Das wissen wir ja. Ach, da oben ist noch. Okay. Ja, bin unterwegs. Ist doch gar kein Problem. Dann düsen wir da doch mal hin. Hier oben ist irgendwo kaputt. Ja, da. So, jetzt aber. Jetzt haben wir, glaube ich, komplett repariert. Jetzt dürfte das eigentlich ganz sein. So. Ja, wir haben wieder 100% quasi. Dann wollen wir mal. Ist gar nicht so einfach mit U-Boot, wie ich eigentlich dachte. Also mit der kleinen Seemotte ging es ja wirklich sehr, sehr gut. Aber mit diesem Riesenteil. Das ist ja schon. Also wir sollten zusehen, dass wir auf jeden Fall Rubin finden. Und, äh. Dass wir unsere Seemotte ausbauen. Und dass wir auch mit der kleinen Seemotte vielleicht ein bisschen tiefer taunen können. Weil das große Ding ist auch schon sehr wuchtig. Wenn ich das mal so sagen darf. Sehr wuchtig und sehr, sehr unhandelbar. Denn man muss schon genau aufpassen, was man tut. So, ich würde jetzt Richtung... Ja, Richtung Osten. Wenn wir gleich das Dings hinter uns haben. Ich gucke mal nochmal eben. Genau, das ist so die Richtung erstmal. Nicht, dass gleich wieder der... Der... Ich wollte gerade sagen, der weiße Hai kommt. Der weiße Hai. So. Wofür brauchen wir nochmal Rubinen? Stimmt, die haben hier drinnen ja auch ein Lager, ne? Das heißt, wir können ja auch hier Redemengel horten im... In dem Zyklops. So, dass wir quasi... Richtig viel mitnehmen können. Hier ist noch... Was ist das denn? Hier ist noch so ein... So ein Dings. Aber da waren wir, glaube ich, auch schon mal gewesen. Da waren wir schon mal. So, das sind 145 Meter, das ist auf jeden Fall schon nah an der Grenze von der Seemotte. Ich glaube, die war 200 Meter, ne? Was für Tierchen hier leben, ist ja süß. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir, wie gesagt, Rubinen noch finden. So, sind wir jetzt, äh, sind wir noch Richtung Norden unterwegs, ne? Ich würde gerne Richtung Ost ein bisschen. Das Problem ist, man sieht halt nichts, ne? Oh nein, was kommt? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Hau ab, Mann. Ich habe es auf dem Radar gesehen, da war schon wieder irgendein, oh nein. Irgendein Vieh schon wieder. Soll abhauen, Mann. Ich schwimme jetzt mal durch die Pilze hier durch. Wenn ich überhaupt durchkomme, irgendwo. Wenn ich hier nicht irgendwo hängen bleibe, so wie jetzt. Oh nein. Oder was ist das Gelbe? Kommen wir überhaupt noch voran? Doch, anscheinend ja. Oh, oh Gott, Alter, habe ich gar nicht gesehen. Ist überhaupt Licht an? Ich sehe überhaupt nichts. Ah, okay. Vielleicht sollte ich mal Scheinwerfer anmachen, dann sehe ich auch was. Schön. Oha, was ist das denn? Oha. Der Elektro-Heinz. Oh nein. Also das ist ja, also ich weiß nicht. Werde ich jetzt jedes Mal angegriffen von irgendwas, was hier unten rumkreucht? Weil das ist ja dann ein bisschen nervig, weil man kann ja nie in Ruhe dann gucken, weil man ja immer irgendwie Angst haben muss, dass man kaputt geht. Da vorne kommen auch schon wieder, was ist denn das? Das sind auf jeden Fall diese Elektro-Dinger da. Finde ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen kacke. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kacke. Weil ich dachte, man kann hier mal so ein bisschen mal wenigstens sich umgucken oder so. Aber dem ist ja anscheinend ja nicht so. Du wirst ja hier permanent angegriffen. Man hat ja hier gar keine Chance oder gar keine Zeit mal irgendwie mal tiefer zu tauchen. Ohne dass man seine Ruhe hat. Und ich habe schon auf langsamen Modus stehen, weil ich dachte, komm, vielleicht ist es auch die Lautstärke, die dann die Tiere irgendwie aufweckt oder so. Aber nee. Ist das Rubin da? Nee, das ist keine Rubin. Vor 305 Meter jetzt schon. Okay, hier waren wir definitiv noch nie. Aber ich sehe auch keinen Rubin oder so. Wie gesagt, die Seemotte würde hier sowieso kaputt gehen. Ich drehe mich mal. In der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwas finden, was wir aufschnappen können. Ich glaube, da unten geht es noch tiefer. Oha. Oha. Natürlich. 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 Warum denn auch nicht? Klar. Jetzt kommt gleich wieder Feuer, ne? Lass mich raten. Jetzt kommt gleich wieder Feuer und dann ist wieder Ende. Das ist echt ein bisschen blöd, also ein bisschen nervig, muss ich sagen. Der nervt ein bisschen. Ich weiß, ja, wir können Täuschkörper bauen und so, tralala, ja. Aber dass es so, aber dass es so extrem ist, hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. Das ist ja, das ist ja irgendwie, äh, irgendwie störend doch. Und wahrscheinlich ist es mit Täuschkörper wahrscheinlich so, dass du den abschießt und dann ist er irgendwie für zwei Minuten oder drei Minuten nur so, äh, ja. Ich fliege mal der Rakete dahinter her und dann kommt er irgendwann wieder. Ich werde diesen Täuschtausch... Ist egal. Körper. Den werde ich bauen. Den Körperklaus. So. Jetzt sind wir den, glaube ich, entflohen. Oh, was ist das denn da? Ah, hier waren wir schon mal. Könnt ihr euch entsinnen? Hier, dieses Dings. Dann ist doch hier in der Nähe doch wahrscheinlich auch irgendwo eine Einfahrt. Oder irgendwo so ein, wie soll ich sagen? Irgendwo ein... Was ist denn das immer? Wenn da Sauerstoff rauskommt, dann ist doch hier auch irgendwo eine Base, oder? Also so eine Unterwasserbasis. Was ist das denn hier? Oha. Hier waren wir ja noch gar nicht. Alter Schwede. Hier waren wir definitiv noch gar nicht gewesen. Jetzt können wir erst mal reparieren in Ruhe. Weil wir jetzt gerade hier Ruhe haben auch ein bisschen. Wir können mal was essen, ne? Fährt mir gerade ein. Das können wir gleich draußen machen. So, ich will mal eben einlagern. Warte. Das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber. So, dann... Ja. Ah. Komm her. Toll. Haben wir schon. Haben wir das schon gescannt? Tauchdog-Fragment. Das haben wir, glaube ich, schon, ne? Oder? Ja, das haben wir schon. Oh, warte. Essen. Essen. Bleib hier, Mann. Essen. Lecker, 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 lecker. So, ich will erst mal eben. Haben, Gott. Ja. Wir reparieren das Schiff ja schon. Alles gut. Sind ja schon dabei. So, warte. Machen wir denn sonst noch was? Was ist das hier für ein Vieh? Können wir es auch essen? Was ist das? Weißer. Kann ich den essen? Nein. Aber er war an meinem Schiff dran. Oder mein U-Boot. Der soll abhauen. So, warte. Äh, die vier. Präparieren. Da ist auch einer dran. Der soll abhauen, Mann. Beißen sich, glaube ich, in das Schiff rein. Kann das sein? So, haben wir alles? Glaube schon. To Mars. Ja, ich bin aber direkt wieder weg. Ich weiß. Das ist sehr schön. So, denn ich wollte mal ein bisschen hier gucken, was wir hier Schönes haben. Was ist das hier? Gealsack. Den können wir mitnehmen mal. Kernreaktorfragment. Haben wir, glaube ich, schon. Warte mal. Wo ist denn hier unsere Dings hier? Das brauche ich. Mein, mein, Schnellfahrzeug. Talkendockfragment. Das haben wir schon. Kernreaktorfragment. Haben wir, glaube ich, schon alles schon, ne? Ja, okay. Hier müssen wir aufschweißen. Haben wir das Schweißgerät bei uns? Ja. Äh, Taschenlampe. Weg. Dafür den hin. So, dann schweißen wir es mal auf. 30 Sekunden. 30 Sekunden noch. Ja. Schauen wir... Ah, nee. Das ist mir zu knapp, weil das so schnell geht hier. Ja, 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 ja. So, direkt wieder runter. Y5 ausgerüstet und direkt wieder zurück. Das müssen wir hier ganz schnell machen, alles. 50% haben wir von der Tür. So. Mal gucken, was wir hier drin finden. Das lohnenswert ist. Hä? Du machst da eben nichts mehr. Jetzt sagen, ich habe keine Batterie mehr da drin. Oh, nein. Das ist leer. Ernsthaft? Ach, fuck. Ähm. Scheiße. Die haben bestimmt keine Ladestationen im Schiff, ne? Also im U-Boot haben wir bestimmt keine, ne? Oder? Oh, hier ist auch ein Feuerlöscher. Nice. Gut zu wissen. Hier gibt es leider keine. Kann ich eigentlich hier was bauen? Ach, habe das Ding nicht mit, ne? Was ist das denn? Ach so. Seen-Mod-Upgrades. Könnte man sogar hier machen. Einbauen. Täuschkörper. Die müssen wir erstmal herstellen. Ah, Ero-G. Ah, guck mal, das Gel. Ja, Gel-Sack und Rubin brauchen wir dafür. Nice. Erweiterungsmodule. Ja, schön. Aber Batterieladen ist hier, glaube ich, nicht, ne? Okay, dann würde ich die einmal austauschen. Und zwar von... der Taschenlampe. Lass uns die mal austauschen. So. Und dann gehen wir nochmal runter. Und dann gucken wir nochmal, was wir da drin so Schönes finden.